Hey Leute, was ist das? Das ist ein Grab. Hallo, alles okay bei euch? Ja. Frau Wolf, wer ist hier? Das ist eine alte Mathelehrerin. Und die hat übrigens hier noch ein Klassenzimmer. Welche Klasse? 13. Im vierten Stock, aber ihr dürft da nie hingehen. Alles klar? Ja. Tschau. Leute, kommt mal hin. Tschüss. Es ist jetzt schon ein bisschen spät. Ich muss noch was holen. In Ordnung? Ja. Ungefähr in zehn Minuten bin ich wieder da. Ja. Okay. Gut. Leute, wollen wir in den Klasse von 13 gehen? Ja. Lassen wir uns den Schlüssel von Frau Rotten. Ja. 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 Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Eins plus eins, zwei plus zwei. Eins plus eins, plus eins, zwei plus zwei. Eins plus eins, eins, zwei plus zwei. Was ist los? Was ist los hier? Ist da noch jemand? Was ist los Mädchen? Komm Mädchen, ist alles okay bei dir? Bitte. Ja. 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 Ja.